Und die 222. Squadron unterrichtet den 0171. Die 335 kmh ist groß und sehr schnell. Die Flugingenieur als drittes Besatzungsmitglied ist Ladimere Witscherer mit 800 Flugschritten. Die Flugingenieur wurde heute mit einer Crew von 3. Ein Pilot, ich habe vorher schon einen Charme im Moment. Der Flugingenieur, der 3. Besatzungsmitglied, ist Ladimere Witscherer mit 800 Flugschritten. Im Namen von Major Jan Wernicke, ein Instructor-Pilot, mit 1,500-hour-training-missionen in Afghanistan, trainiert die Afghan-Air-Force auf der Mill 24, drei Mal, und er beschreibt dies particular als seine zweite, sehr froh, Zeit in Berlin. His Co-Pilot ist 1.Lieft. Martin Sleit, Engineer ist Warrant-Ofter Wladimir Vecherer, 800-hours auf der Mill 24. Der Kampfhochschrauber überhaupt, der mit diesem Ziel entwickelt wurde, ein fliegendes Waffensystem mit Drehflügeln in die Luft zu bekommen. Neben den von uns schon genannten Waffnungsfeiern mit dem fest eingebauten 4-läufigen 12,7 mm MG und den Waffenstationen unter den Tragflächen, ist in der Lage, dort eine Vielzahl verschiedener Waffen zu tragen. Mit dem von gelenkten Raketen, auch ungelenkte Luftbodenraketen, und sogar gelenkte Luftluchtraketen zur Eigenverteidigung, beziehungsweise zur Verteidigung der inneren Wachschraubern, war eine Aufgabe für als Begleitungsschrauber. One of the first specifically designed attack helicopters in the world, Mill 24, first flew in 1969, entered serious production the following year, with over 2,300 being built. We already mentioned the fact it can carry the new Sturm anti-tank missile, but those Stubwings and the many weapon stations can carry a wide variety of loads, including machine guns, air-to-air missiles, air-to-ground rockets, bombs and a variety of other weapons, and of course long-range fuel tanks for extended range operations. Very interesting talking to Major Benicki earlier, because he said, without doubt, we have the most evil-looking aeroplane of the show, and he looks like a giant insect, and two corporates make it look like it's a Shogarite. It looks like a large Libelle, a large windpipe. The large air force may be enabled to be enabled to allow the air force to ensure an special in the air pollution, then, at the top of the tank, inside the tank, a called infrared jammer. A device that is not as so, Das heißt, dass super hochgeweckte Paketen, die auf diese Luftroll abgefeuert werden, die zu geschickt werden. Die WPF-Planche sind 55 Seiten an und 9 Seiten. Die WPF-Planche sind ein sehr starkes Feuerwerk, wie ich bereits gesagt habe, mit 2300m, ein sehr populärer. Die WPF-Planche sind in über 55 Nationen auf der WPF-Planche. Die WPF-Planche ist ein sehr starkes Feuerwerk. Man kann hier auch einen Einsieferwerk hatten. Bei Hochschauern relativ ungewöhnlich. Das ist der Hochgeschwindigkeits-Eigenschaft geschwört. Bei 370 kmh Geschwindigkeitsrekord ist es natürlich schon bemerkbar, wenn ich da die Räder verstecken kann. Er ist sicherlich gefühlt, dass es ganz gut ist. Das ist ein sehr starkes Feuerwerk. Das ist die WPF-Planche, indem ich die WPF-Planche, von einem sehr starken Feuerwerk für die WPF-Planche zu kommen. Das ist schon viel zufrieden. Das ist der WPF-Planche. Der WPF-Planche ist die WPF-Planche. Die WPF-Planche sind in der WPF-Planche. Und natürlich, ein großer Schöpfer-Gentlemen, ein sehr politischer Band, das wir heute hier sehen können. Sie haben eine wunderbare Sicht von Ihnen, meine Damen und Herren. Sie haben große Cockpins, sie geben ihnen eine große Waffe, als sie durchgehen. Ich freue mich, dass ein Feuerzeiter drückwärts fliegen kann, ohne hier ein Problem zu haben zu seinem Abstellplatz. Danke an die tschechische Luftwaffe.